Ja, also, sehr geehrte Damen und Herren, was soll man jetzt noch sagen? Vielen Dank allen Vorrednern, inklusive meinem Sohn Christoph. Dass ich heute hier bin, ist natürlich für mich eine unglaubliche Freude. Ich habe es deswegen gemacht, um erstens mal mein Versprechen Archim Frenz gegenüber einzulösen. Das ist aber der kleinere Teil. Der größere ist der, dass ich sehen wollte, ob sie wirklich alle wieder da sind. Und umso schöner der heutige Abend. Ich habe eine lange Rede vorbereitet und eine Kurzversion. Und nachdem es immer kühler wird, entschließe ich mich jetzt für die kurze. Also, auf Wunsch des Direktors hängen hier Ölbilder in einem Großformat, was für einen kleinen Künstler wie mich eine Ausnahmesituation ist. Diese Bilder haben deswegen dieses Format, 250 auf 180, weil ich aus Linz komme. Dort habe ich eine eher kleine Wohnung und ein größeres Format wäre durch unser Treppenhaus niemals zu transportieren gewesen. Aus diesem Grund bezeichne ich diese Riesendinger als für mich unglaublich große Formate. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf für die Einladung. Und bitte vergessen Sie nicht, was jetzt passiert, das ist eine musikalische Darbietung der Sonderklasse, nämlich echte Weltrockmusik mit tiefen österreichischen Volksmusikwurzeln. Bitte freuen Sie sich auf Adfänger und genießen Sie einen Abend. Alles Gute wünsche ich Ihnen und ein schönes Leben uns allen. Vielen Dank.